Ich nehme euch dabei mit, wie ich mein neues Pferd abgeholt habe. Ich habe seit über einem Jahr nach einem neuen Dressur-Nachwuchs-Pferd Ausschau gehalten. Einen Monat lang bin ich dann auf die Intensiv-Aufsuche gegangen und bin insgesamt vier Pferdeprobe geritten und habe mich dann für ihn entschieden. Er hat mich von der ersten Sekunde umgehauen und ich war direkt schockverliebt. Ja, wir haben ihn dann abgeholt, mitgenommen und ich war natürlich super aufgeregt, weil wir hatten eine relativ lange Fahrt, zwischendurch auch nach Stau, aber er war superlieb auf den Anhänger. Ja, generell hat er einen mega Charakter. Wir sind dann gut angekommen, haben ihn in die Box gestellt und als er dann endlich in der Box stand, habe ich nur noch am ganzen Leib gezittert, weil es einfach alles so aufregend war. Am nächsten Tag habe ich ihn dann direkt auch auf die Weide gestellt und er hat das alles so lieb gemacht und war einfach so brav. Ich bin so gespannt, wo uns der Weg hinführen wird und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann folgt mir doch gerne auf Insta, dort gibt es täglich Updates.